Herzlich Willkommen zu einem weiteren Lehrvideo zum Thema LernSax. Ich möchte Ihnen heute ein neues Produkt vorstellen und dazu wechsle ich erst einmal in den Ursprung, denn es geht um GeoGebra. Viele werden es schon kennen. GeoGebra bekannt für Mathematik- und Physikunterricht. Es gibt ein neues Tool in GeoGebra und zwar die GeoGebra Notes. Hinter den Notizen verbirgt sich eine Tafelsoftware. Sie ist sehr einfach gestaltet, kreativ und intuitiv bedienbar. Es sind alle Elemente, die man für eine Tafel braucht, vorhanden und es sind natürlich auch die Elemente von GeoGebra selbst involviert. Und das schauen wir uns jetzt in der LernSax an. Für die Tafelbilder gibt es generell zwei grundlegende Möglichkeiten. Entweder Sie erstellen eine Datei am Anfang der Stunde und zeichnen dann Ihr Tafelbild mit, speichern das im Anschluss und könnten das den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen oder sie bereiten ein Tafelbild vor und nutzen es dann in der entsprechenden Stunde. Der Ausgangspunkt sind die Dateien und in den Dateien kennen wir es vom OnlyOffice. Das heißt, wir erstellen jetzt eine Datei. Der erste Weg war der Dateityp und wenn Sie dieses Kombinationsfeld jetzt öffnen, sehen Sie, es ist ein Dateityp mehr dazu gekommen. Das Tafelbild GGS. Das ist also genau der Ursprungsdatentyp, den GeoGebra auch in seiner eigenen Plattform benutzt. Ich wähle diesen Datentyp aus, gebe einen Dateinamen und könnte jetzt noch eine Beschreibung hinzufügen, was konkret ich jetzt mache. Das heißt nochmal an dieser Stelle die Möglichkeit, um ein Tafelbild zu erstellen, muss ich eine Datei erstellen oder ich lade sie hoch. In dem Falle erstelle ich jetzt eine Datei. Sie ist erstellt und über den Stift, das kennen Sie schon von OnlyOffice, werde ich jetzt sozusagen das Tool starten. Es empfiehlt sich immer das entsprechende Maximieren und hier können wir dann auch noch selbst den Monitor im Vollbild darstellen. Damit haben wir die Ausgangslage gesichert. Das Bild sehen jetzt die Schülerinnen und Schüler auch über das Board und jetzt könnte ich also mit dem Stift schreiben oder ich füge jetzt geometrische Figuren ein oder ich füge jetzt ein entsprechendes Element aus dem GeoGebra dazu ein. Also zum Beispiel den Grafikrechner. Ich blende aus und könnte dann hier hier oben in das Eingabefeld die erste Funktion eingeben und der Grafikrechner stellt mir sofort die Funktion dar. Kein Zeichnen mehr, einfach nur Elemente dieses GeoGebra Tools nutzen. In der ersten Variante haben Sie also eine Datei erstellt. Zu Beginn der Unterrichtsstunde werden jetzt sozusagen Ihr Tafelbild aufnehmen. Bitte am Ende der Stunde oder wenn Sie mit der Aufgabe zu Ende sind, das Tafelbild speichern, sonst wären die Daten dann verloren. Zweite Version. Ich habe also ein Tafelbild vorbereitet, was ich jetzt im Unterricht nutzen möchte. Ich starte es zu Beginn der Stunde oder an der Stelle, wo ich es dann brauche, schalte den Vollbildmodus ein und habe jetzt schon mal den Hintergrund ein bisschen angepasst. Ich habe den Schriftgrad der Schrift auf 32 gesetzt, damit es also auch sehr deutlich zu sehen ist und könnte jetzt mit der ersten Formel beginnen. Ich ziehe sie mir an sich an die entscheidende Stelle und bearbeite jetzt mit den Schülern gemeinsam diese Lösung. Danach kann ich also den Schülern die Aufgabe für die anderen beiden Formeln geben. Ich könnte auch die entsprechende Formel dann von einem Schüler oder einer am Rechner oder am Board selber lösen lassen. Am Ende ist es wieder wichtig zu speichern. Oder Sie sagen nein, in dem Fall ist es ja nur eine Erarbeitung. Hauptsache mein Grundgerüst bleibt bestehen. Speichern befindet sich unten links. Zum Abschluss dieser kleinen Lernsequenz noch ein paar Hinweise, wie Sie wo etwas einstellen. Das heißt also im unteren Bereich haben wir also die die Tools vom Stift, Radierer, Textmarkierer, über die geometrischen Figuren bis hin zu den GeoGebra Tools ausblenden und ich kann natürlich auch alle Elemente entsprechend an die richtige Position bringen und so weiter und so fort. Entscheidend ist die Einstellungen, denn hier habe ich einmal die Lineatur, Hintergrundfarbe und weitere Einstellungen. Über Liniatur können Sie also neben den keine Liniatur, liniert, kariert, kariert, groß, Grundschuhlinien, also hier empfiehlt sich einfach mal durchzuschauen. Hier haben wir auch die Notenlinien, weil sie ja an der Tafel auch schreiben und das macht sich natürlich mit Linien besonders gut. Alle weiteren Einstellungen, sprich Schriftgrad, bin da nochmal auf den Button gegangen. Hier Ausgangsschrift ist 16, ist mir ein wenig zu klein, deswegen 32 Einstellungen speichern. Dann ist es beim nächsten Mal Dezimalstellen, zwei Stellen. Das sind an sich die mathematischen Grundeinstellungen. Geschlossen wird das der Dialog über das Kreuz. Ja und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei der Eroberung unserer neuen Tools. Es ist also eine tolle Sache. Ich sage es immer wieder gern. Es ist also nur noch an die Hardware der Medienboards gebunden und nicht mehr an die Software. Das heißt, Sie könnten sich zu Hause das entwickeln. Sie speichern es in Ihren Dateien ab oder in einem Ordner. Sie können es wie jedes andere Dokument in die Klasse kopieren, als Aufgabenstellung geben. Aber hier geht es einfach um die Ausnutzung der Medien im Unterricht, sprich also der Medienboards. Und damit macht unser Lernsax einen riesengroßen Schritt nach vorn in den Präsenzunterricht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und bei Fragen können Sie mich gerne jederzeit kontaktieren. Bis zum nächsten Mal.